Ja, der Paar, der braucht halt drei Bücher. Das ist die anderen. Ja, ja, eine weitere Geisterarmee. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ja, das ist das. Ja, wieder so eine Armee, die sich an meinem Tor dem Kopf einrennen wird. Das hier wäre auch interessant übrigens. Aber erstmal das hier. Also erstmal die beiden hier, damit ich ihn abschneide. Also nochmal vier von denen, vier von denen, zwei von denen. Ja, meine Kanonen pusten der ihre Kanonen weg, bevor sie überhaupt was machen können. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude herausgebracht. Haben wir ja. Gut, dann baust du gleich nochmal aus. Dann schicken wir auch gleich nochmal eine Fuhre, eine große Fuhre hier von weg. Weißt du was? Kaufen wir ein paar Bücher nochmal. Das beschleunigt die ganze Sache. Du bist... Freudeausbau fertiggestellt. So, ist die Frage, wo bleiben... Ah, da sind unsere Geistlichen, unsere vier Priester. So, sicher ist sicher. Bauen wir auch hier die Verteidigung aus. Ja, guter Abend, noch eine Geistarmee hat sie ihrem Schöpfer gefunden. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ob da schon einer unterwegs ist, Bücher kaufen. Das sieht nicht danach aus. Ja, 20 für 15 Bücher. Ihr habt eine Quest erfüllt. Ausgezeichnete, eure Geistlichen werden bei der Verteidigung von Porta Vestanta Zweifel zu großem Nutzen sein. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemäht. Macht nur so weiter. Prestige-Belohnung. Äh, Bücher. Oh, ein paar Schwerter. Als letzte Sicherheitsmaßnahme sollten wir noch mehr Grenzwaren einhalten. Leider befürworten wir weder übergehend Ausrüstung, noch können wir sie ausreichend mit Nahrung versorgen. Wer hat diese Mutung, unser letztes Mal auszuhelfen? Wer liefert den Umschlagplatz mit Ausrüstung und Nahrung? Ah, das ist... Beuterausbau fertiggestellt. Hm, wäre auch kein Problemchen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Sehr gut. Wir können uns einen Standartenträger leisten. Wie viel habe ich jetzt übrig? Ja. Hm, warum nur 16? Okay, kaufen wir noch mehr Bücher gleich. Ja, das sieht besser aus. So, bereiten wir noch die letzte Lieferung für unseren Grenzwart vor. Hätte schon viel früher drauf kommen sollen, Bücher zu kaufen. Vielleicht noch mal eine Prestigepelohnung an Büchern. Ja, eine weitere Geister. Ja, ja, damit kommen wir klar. Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ja, die mir nichts bringt. Oh doch, ich könnte... ...Bier gegen Gold tauschen. Und ja, das Gute ist, er braucht ja mehr Geistliche als ich. Und ja, das ist, er braucht ja mehr Geistliche. Ja, das ist, er braucht ja mehr Geistliche. Ja, das ist, er braucht ja mehr Geistliche. Ich glaube, ich habe schon angefangen aus zu besser, nein, weil ich angegriffen werde. So, jetzt fehlt nur noch ein einziger Geistlicher. Dann kann ich die Forschung... Dann habe ich ihn von allem, was noch forschbar ist, abgeschnitten. Die Forschung wäre natürlich auch noch nicht schlecht, aber erst mal die hier. Meine Armee ist jetzt ja ein bisschen stärker. So, die Forschung los. Angriff ist abgeblasen, gut. Ja, ich sammle ja gerade Waffen für... ...meinen... ...meine Option, ne? So, als nächstes würde ich mal gerne Hygiene erforschen. Also vier von denen, zwei von denen. Ja, gute Arbeit, noch eine Geisterarmee. Ach ja, und ich muss mich weiter nach da oben bewegen. Das war nämlich auch noch so eine Sache. Also jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Vorrat an Büchern. Haben ihn an allen Stellen abgeschnitten. Befestigungsausbau beendet. Befestigung ausgebaut. Ah, sehr schön. Die Befestigungen sind ausgebaut. Können unsere Posten wieder... ...bessern? Äh, können hier langsamer anfangen, wieder... ...schon längst schon wieder auf Geologie umzusteigen... ...ääh, auf normalen Betrieb umzusteigen? Exzellent! Er hat eine neue Technologie erforscht. ...und ein paar... ...Lagerhäuser auszubauen. Damit der... ...warenfluss ein bisschen besser funktioniert. Weil, wie wir das Lagerhaus ausgebaut haben, können wir sagen... ...Fleisch... ...die... ...kann das alles... ...missär nicht... ...kann das alles... ...kann das alles... ...und dann, irgendwie... ...kann das alles... ...kehren. Vorbei wir leichter an Geld kommen, als an... Alles andere. Ach, meine Hände sind nur unterwegs. Vielleicht sollte ich nur auf drei Kaufmänner erhöhen. Auf fünf Kaufmänner erhöhen. Das wäre praktischer. So, dann fährt nämlich der hier los. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, 4-2 für die Forschung. Da kostet es vielleicht auch weniger, die Kauf zu befrieden. Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Er hat eine neue Technologie erforscht. Er hat eine neue Technologie erforscht.